Musik Diese Akrobatikgruppe kommt etwas düster daher. Die Truppe Vavilov aus Russland. Tänzerinnen sowie Artisten kommen vom berühmten Moskauer Staatszirkus und verwandeln die Manege in eine Rocky Horror Picture Show. Treffenderweise heißt ihre Darbietung auch die Mumien. Auf der schwingenden Plattform beeindrucken sie das Publikum mit Doppel- und Dreifach-Saltos. Das Vavilov Ensemble. Musik 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 Ain't nobody gotta tell you what you gotta do, honey? Whoa, that's probably it. Whoa, that's probably it. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do? Nothing good. Oh, my God, it's great. Oh, my God, it's great.